Ich nenne euch jetzt einfach mal drei der merkwürdigsten Duelle, die es gab. Wir kommen vom komischen zum komplett bizarren und ich würde mal sagen, ich fange einfach mal an. Es ist einfach so, dass es früher so war, dass es natürlich Duelle statt Konflikte gab und die Sachen dann so geregelt worden sind und dieses Duell einfach, ja, nur stattgefunden hat, weil es um eine Frau ging und sich eine Person mit einer anderen Person um eine Frau gestritten hat. Was irgendwie, seien wir mal ehrlich, einer der häufigsten Gründe ist, warum man sich streitet. Und beide konnten sich nicht ganz dazu entscheiden, wie sie dieses Duell austragen oder wie sie mit der Situation umgehen sollen. Also, ja, haben die es mit einem Duell gemacht, aber kein normales, sondern auf Heißluftballons. In hunderten Metern von Höhe, wo man sich nur denkt, Digga, wie kommt ihr auf so eine Scheißidee? Es ist so, dass beide einfach in Heißluftballons hineingegangen sind und dann jeweils noch eine andere Person zum Steuern mitgebracht haben. Also, zwei weitere Personen haben sich dazu entschieden, eventuell in den Tod gestürzt zu werden, was bei einer Person definitiv der Fall war. Also, es ist so, die haben sich verabredet, sind mit den Heißluftballons in die Höhe gestiegen und haben sich dann wirklich, ohne Scheiß jetzt, dazu entschieden, wie bei einem Turn-Based-Game einfach aufeinander zu schießen, bis eine Person gestorben ist. Und ich weiß, was ihr euch jetzt denkt. Ey, ist doch easy. Man schießt auf den Ballon, der Ballon fliegt runter, die anderen Personen sterben. Ja, und zwar genau so ist es abgelaufen. Keine Ahnung, wie die sich dazu entschieden haben, wer anfängt. Aber die Person, die angefangen hat, hat den Schuss verfehlt. Keine Ahnung, wo die ihn geschossen hat, aber auf jeden Fall Nisch auf den Ballon und die andere Person hat letzten Endes einfach getroffen und die andere Person ist zusammen mit seinem Lenker gestorben. Zwei Tode. Einer hat überlebt, der die Frau dann bekommen hat. Herzlichen Glückwunsch auf jeden Fall. Hat es sich gelohnt? Keine Ahnung. Das nächste Duell ist einfach so, dass durch zwei Personen miteinander gestritten haben und eine Person den Hut des anderen beleidigt hat. Was irgendwie anscheinend in der Riesenverspottung damals gleich gekommen ist und dazu geführt hat, dass die eine Person die andere zum Duell herausgefordert hat. Jetzt kommt ein kleiner Knackpunkt. Die Person, die die andere zum Duell herausgefordert hat, nennen wir ihn einfach mal Jens, war 20 Jahre alt. Und die andere Person war etwas älter und hatte Kampferfahrung. Und Jens hat sich letzten Endes dazu entschieden, dass er die andere Person mit einem Schwert herausfordert. Das Ding ist, Jens wusste jetzt nicht, ey yo, die andere Person hat ja jahrelang Kampferfahrung und die andere Person hat Jens einfach während dieses Kampfes, der dann auf der öffentlichen Straße stattgefunden hat, viermal entwaffnet. Und wollte ihm einfach nicht den Gnadenstoß geben, weil er gemeint hat, ey yo, ich kille keinen jungen Typen. Doch der Jens war natürlich so wütend, weil er seinen Hut natürlich entehrt hat und hat gesagt, nee Mann, wir klären das jetzt auf andere Art und Weise. Und zwar haben die sich beide irgendwie dazu entschieden, in eine Kutsche reinzugehen, jeweils eine Hand sich gegenseitig festzubinden und haben dann ständig mit Messern aufeinander eingestochen, bis eine Person gestorben ist. Und ich weiß nicht, ob ihr mir das jetzt wirklich glaubt oder nicht, aber ist es anscheinend genauso passiert. Ich weiß nicht, ob es wirklich real ist, aber anscheinend ist es genauso passiert. Und Jens ist gestorben. Man denkt sich jetzt auch, ey, die ältere Person muss doch auch verrecken, weil, ey, keine Ahnung, aber wenn Jens die Person nicht trifft, dann hat Jens schon, keine Ahnung, irgendwelche anderen Probleme. Aber Jens hat die ältere Person anscheinend viermal getroffen, aber die hat anscheinend überlebt. Aber ja, ob der jetzt wirklich überlebt hat, ist auch so eine Sache ein bisschen weird. Aber hier, man weiß ja, wie es abläuft. Auf jeden Fall eine richtig verdammte weirde Art, ein Duell zu machen. Aber nicht so weird wie die dritte Art. Und zwar war das richtig krank. Und zwar waren es zwei Verwandte, die irgendwie am Esstisch saßen und zusammen in einem Restaurant gegessen haben. Die haben ein bisschen Wein getrunken, ein bisschen gechillt, ein bisschen diskutiert. Und irgendwie ging es um Vögel. Und beide waren sehr, sehr, sehr krasse Vögelmenschen. Also, die haben sich richtig hart über ihre Vögel gefreut. Und irgendwie hat der eine dann gemeint, der hat mehr Vögel als der andere. Und der andere meinte, nee, hast du nicht. Und dann ist dadurch eine richtig hitzige Diskussion entstanden. Wer jetzt mehr Vögel hat, ey, ich habe mehr Vögel als du. Digga, ich habe deine Vögel nie gesehen. Was redet du für einen Scheiß? Und letzten Endes ist es dann dazu gekommen, dass eine Person die andere zum Duell herausgefordert hat. Und zwar mit Schwertern. Jetzt denkt man sich natürlich, Jungs, ihr habt sie doch nicht mehr alle. Was ist euer Scheißproblem? Genau, keine Ahnung, was bei den zwei abgelaufen ist. Aber die waren dann im Restaurant, haben gefragt, ob die in einen Raum reingehen können, der abgeschlossen wurde. Und letzten Endes war es dann so, dass man nur ein lautes Zarren gehört hat. Ah! Oder irgendwie sowas. Und dann die Tür geöffnet wurde und die eine Person einfach durchsport worden ist. Und ja, irgendwie anscheinend paar Tage später gestorben ist. Der ist auf jeden Fall nicht auf der Stelle gestorben. Und anscheinend hat der irgendwie auch nichts bereut oder so. Und es war dann auch so, dass die Person, die überlebt hat, verurteilt worden ist. Und man denkt sich jetzt, Digga, du hast anscheinend entweder deinen Kollegen oder deinen Verwandten abgestochen. Du bereust das doch bestimmt. Nehmann, Digga, der Typ hat absolut gar nichts bereut. Eher im Gegenteil. Der hat das Schwertstück, womit er seinen Kollegen oder Verwandten oder was auch immer das war, einfach nochmal aufgehängt. Und hat sich gesagt, Digga, damit habe ich das Duell um die Vögel gewonnen. Was lernen wir daraus? Man kann wohl wegen den bescheuertsten Gründen, die es gibt, ein Duell aufnehmen. Und ja, das Ende ist halt nicht immer so cool, wie man denkt. Aber ja, das war's vom Video. Haut rein, lasst ein Abo da. Ciao. Ciao.